Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Die Erwartungen sind direkt zurückgefallen. Okay, du musst an die Box bevor dieser Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Leco fährt gerade sehr schnell rund. Wir stellen jetzt auf Platz 1. Wir stellen jetzt viel Zeit. Wir stellen jetzt noch rein. Gut, du startest morgen von Platz 10. Mal sehen, ob wir uns im Rennen noch ein wenig nach vorne arbeiten und ein paar Punkte holen können. Bis zum nächsten Mal. 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 Du stehst nicht ganz da, wo wir dich haben wollten. Gib alles, um im Rennen ein paar Plätze kurz zu machen. Ich bin ganz da, wo wir dich haben. 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 2. Platz. Hervorragende Leistung. Ganz hervorragend. Du liegst noch immer auf Platz 1 in der Fahrerwertung. Untertitelung des ZDF, 2020